So, hallo, wir machen weiter bei den Strecken von Fritz Feldmann, der vielleicht letzte Part, vielleicht auch nicht, je nachdem, wie ich mich anstelle und so weiter. Ich kann's gerade auch nicht einschätzen, wie viele Strecken jetzt tatsächlich noch kommen, sonst hätte ich jetzt eine definitive Antwort gegeben. Ich weiß gerade auch nicht so, klar, genau. Jedenfalls, Transferplanung Nummer 2 und der Project hat uns verlassen. Ja, das macht nichts. Lol, 200, 100, 150, 200, 150. Sehr gut. Kann sich nicht entscheiden. Unser Haut raus genug. Kann man denn hier bitte rausfallen? Ich weiß auch nicht. Ich finde, das ist eine gute Art Straßen zu bauen. Kilometer weit, wenn auf einmal so eine enge Kurve. Und gedreht. Yes. Johoho. Yes. Okay. Ich hab noch alles im Griff. Äh, das Auswärtszeichen, da gefällt mir. Nach oben rechts, okay. Okay, wenn du es sagst. Bin ich, 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 bin ich jetzt, bin ich jetzt rechts oder links? Äh, ich hoffe, ich bin rechts. Ich werde schon rechts sein. Ich denke, ich bin rechts. Rechts ist da, wo du in die Spirale nachher sofort wieder runterfahren musst. Ja, ja, das ist, ja, ja, ich glaube, ich war rechts. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da rechts oben war, wo ich hingefahren bin. Zumindest oben war da auf jeden Fall, so viel weiß ich. Und dann denkt, er ist rechts. Hahaha. Ich hab's doch genau gehört. Grrrr. Also, unfassbar. Ja, man muss nur wissen, wie, ne? Dann krieg man alles aus den Leuten raus. Ich mag rauchen. Ja. Oh Mann, ey. Aber seit, äh, Varoufakis wissen wir ja, man kann alles faken. Mist. Falls ihr das mitbekommen habt. Stimmt, dass, dass ich mal rauchen-Video, das hab ich noch mitgekriegt. Oh, ich hab mich aufs Dach gelegt. Mist. Ich weiß gar nicht, warum springen. Ich hab eigentlich nicht extra in einen anderen Weg gemacht, dass man da nicht springen muss. Springen ist doch schöner. Ah, er dreht sich noch richtig. Ich mach doch viel mehr. Haha. Was, ich bin Erster? Willst du mich verarschen? Weil ich mich aufs Dach gelegt hab. Nach oben links war's, nur weil ich grad schon oben rechts war. Jetzt bin ich links übrigens, siehste. So schnell kann's gehen. Ja, scheiß Kommunist. Echt mal. Furchtbar. Und, wird dieser Strecke in den Namen gerecht? Ich geh gleich ein Auto anzünden, um zu demonstrieren, dass ich mit der Wirtschaft nicht einverstanden bin. Ach. Ja. Nicht gut gelaufen. Hä, wo bin ich denn jetzt gelanden? Ich bin hier richtig, nach oben rechts. Hä? Hier geht's nur nach unten, links, wat? Nach oben rechts, ja, du bist auf den alten Träger noch drauf, weil du fährst auf der Seite hoch. Ach so, ich wollt schon sagen, irgendwie was... Du bist nicht weit genug geflogen, normalerweise springt man da drüber. Welchen Träger? Den von oben rechts, wenn du auf das Kreuz X zufährst. Das große X, von dem er sagt, das wird nie verbaut. Und, sind die Straßen verpeilt genug gebaut, oder hast du da noch ein bisschen was gefunden? Mir gefällt's, mir gefällt's. Ich mag es. Like. Yeah, ich hab'n Facebook-Like. Gut, dass ich kein Facebook hab. Wenn euch die Strecke gefällt, bitte liken, kommentieren, gut bewerten. Das ist aber direkt von die Kegel Cloud in die Reihenfolge. Natürlich. Das war ja auch Sinn der Sache. Nee. Du musst da ein bisschen weiter aus und ein bisschen steiler. Okay. Oh, ich mag den Streckenteil nicht. Ach, scheiße. Nicht, ach, scheiße, ist schön. Genauso wird ne Strecke gebaut. Ich mach' die Spirale da hinten nicht. Okay, versuch' nur mal drei. Tito. Glaube ich. Ich sag' einfach mal Tito, weil ich das Pokémon mag. Dachte ich früher immer, die Leute meinen irgendwas mit Pokémon, wenn die Tito sagen. Und dann war das überhaupt nicht das Pokémon gemeint. Ja, schreckliche Redenfahrt, ne? Nee, ich mag dich. Find' die lustig. Aber mittlerweile haben sie ja, haben sie ja selbst irgendwelche Soaps aufgegriffen und jetzt ist es nicht mehr interessant. Sobald die in den Soaps anfangen so zu reden, wie man es früher cool fand, ist es out. Nein, geht gar nicht mehr. Mist, jetzt hab ich mich geoutet, dass ich Soaps gucke. Ach, das ist eigentlich... Scheiße! Neee. War ich vor Freude gegen den... Da stinkt Dings da. Sind wir so in diesem Rollfeld, aber ich weiß nicht. Nee, deswegen muss man Soaps nicht gucken, ob ich sowas auch... Ach, da. Das stimmt natürlich. Und Achtung, jetzt Straßenverplanung, weil hier ist nämlich gar kein Straßenplan mehr. Muss noch nichts. Ja, da ist der... Ja, da ist nämlich gar... Hinterher gefahren. Ach, und die geht direkt zum Ziel. Das ist natürlich jetzt schön, wenn man dann einfach sich auf den Checkpoint setzen lässt, kriegt man direkt das Ziel gezeigt. Ja. Das passt ja. Ja, ein bisschen nett muss man ja sagen. Natürlich. Auch nur ein bisschen. Aber beim ersten Mal fahren soll man halt sehen, dass da überhaupt gar keine Straße mehr ist. Die müssen wir jetzt von oben angucken. Die ist ziemlich groß gebaut. Ja, das ist hauptsächlich nur der eine lange Fahrt. Ja, aber schon cool. Da sind wir gerade alles gefahren. Uh, yes. Sehr schön. Oh, da ist wieder der Project. Ja, vielleicht hat er ja auch nur irgendwelche... Oh! Da ist er gleich wieder weg. Ja, das... Ja, nach Ping-Pong kommt Dennis. Okay. Aber diese Strecken sind auch allgemein eingangs ziemlich bezüglich. Oh Gott, was fliegt ich durch die Gegend? Okay, der erste Checkpoint war easy. Muss der nächste... Wo ist der nächste? Wo ist der nächste? Ich sehe nicht. Rechts von dir. Ah, hier. Ah, du wusstest... Genau in die richtige Richtung. Du wirst nur auf dem Dach. Oh. Ach, das war schon das Ziel? Ja. Ja. Aber bei solchen Halperstrecken müssen die nicht zu lang sein, obwohl du hast die Haarstrecke auch gefahren. Ja. Und die Autormedagie gekriegt. Die hat dir auch gefallen. Ja, das... Ich glaube, das war das erste Mal, wo ich das gesehen habe, oder? Ja. Nach einer Weile ist es dann natürlich etwas ausgelutscht, aber gut. Letzte Strecke. Was? Das Zwei-Wege-System ist die letzte Strecke? Ja. Wir haben gerade mal sieben Minuten, bis sie mich verarschen. Es gibt, äh, zwei Wege, die man hier fahren kann, die sind beide eigentlich gleichschneidend. Okay. Ich will durch die lange Spirale. Ich hoffe, ich... Aber wir stehen jetzt. Nee, die lange Spirale. Ja, gut. Die kannst du nachher noch suchen. Musst du gucken, ob du den richtigen Weg nimmst. Oh Gott, nicht so weit! Noch geschafft? Nee. Sehr gut. Im Idealfall sehen wir uns dann gleich beim nächsten Checkpoint wieder. Höh! Oh, das ist zu weit. Ja, das hat nicht ganz gut gepasst, aber du hast ja einen Unfall gebaut. Nee, das ist keine Röhre. Ich springe direkt. Nein! Oh Gott! Stopp! Doch, doch. Stopp! Yes! Okay. Rechts geht's zum Spirale, links geht's zum normalen Weg. Dann muss ich jetzt trotzdem wieder rechts sein. Das ist durchaus wahr, ja. Aber die Spirale fällt sich durchaus langweilig, weil es ist halt nur ein Kreis nach oben drin, ne? Ja, ich dreh gleich um. Die Strecke können wir auch Neustart erzwingen, dann kannst du die anderen Wege auch mal fahren. Aber die Spirale sieht dafür schön aus. Wie gesagt, wir können ja gleich Neustart erzwingen, dann kannst du die anderen Wege auch nochmal zeigen. Jo. Ach, ist schon Ende. Ja. Da fahr ich doch gar nicht jetzt hier durch, da fahr ich doch direkt den anderen Weg. Oder so. Plopp. Ich weiß schon, wer gleich lieft. Ach, scheißegal, letzte Strecke, das ist jetzt eh bald vorbei. Ja, so, das ist eh gleich weg. Seinen billigen 10 Punkten. Er hat keine Platzierung, das heißt, er hat nicht mal vernünftig online gefahren vorher. Ne, vorhin hat er von 5.000 angezeigt gehabt. Achso. Ich wollte gerade sagen. Jetzt ist er schon nicht mehr dabei. Ja, wahrscheinlich deswegen keine Platzierung. Wo hast du eben lang gefahren? Links, oder? Äh, ich bin... Ich fahr jetzt rechts. Wir müssen trotzdem den Part noch mit irgendwas füllen. Müssen wir dir irgendwas, du kannst keiner verteilen, ist ja noch dran. Ich wollte... Ne, aber hier... Ein paar Strecke habe ich ja noch. Wir könnten ja... Aber die habe ich erst noch nicht genommen, weil die, sagen wir mal, ein wenig niedrigere Qualität haben. Ach, was ihr... Was ja nicht heißt, dass die nicht gut spielbar sind. Ich wollte gerade sagen, was ihr wieder für niedrige Qualität haltet, ist dann mir ja wieder schnurzegal. Also ich denke, Revolver könnten wir mal zeigen, oder? Unter anderem, ja. Ich kann noch ein paar auswählen. Ich meine, dass ich noch ein, zwei Paar habe. Allein von der Kornkammerstrecke habe ich ja noch mindestens acht Stück noch oder so. Jetzt wählst du wieder gleich zu viele aus und dann ist es wieder zu viel für einen Part. Das wird kommen. Ne, ich denke, eine reicht dann schon oder so. Ja, aber Revolver müsste reichen, wenn man die zeigt. Der Rest können wir ja später nochmal zeigen. Ja eben, ich meine, es sind jetzt ja erstmal über 19, keine Ahnung, 11 Parts, die wir da noch alle jetzt haben. Ich meine, die von gestern sind ja auch noch nicht mal losgegangen. Ja. Da ist noch einiges an Luft. Ich hoffe, wir nehmen auf. Wisst ihr jetzt, ja, welche Fahne jeweils? Hallo. Bitte? Bist du den anderen Weg jetzt jeweils gefahren? Ja. Ich nicht, bin zweimal der Klerade gekommen. Ja, schön. Merkt man, dass die ungefähr gleich gut, gleich schnell zu fahren sind oder? Puh, das kann ich nicht beurteilen. Also ich habe ziemlich lange rumgetüftelt. Für sowas habe ich kein Gefühl. Ich habe nur gerade mir überlegt, das Einzige, was jetzt wirklich schlimm wäre, wenn wir es nicht aufgenommen hätten, wäre, wäre das Quiz, weil das kann man nur einmal blind spielen. Die anderen Strecken gut, die merkt man sich vielleicht nicht so gut. Aber das Quiz wäre natürlich... Quiz ist natürlich eine Sache, die nur für einmal geplant war auch. Hat schon alles aufgenommen. Guck ich mal. Jetzt fängst du wieder von vorne an. Dann würde ich sagen, dann starte ich nur mal kurz die Strecke Revolver, dann zeigen wir die nochmal, dann müsste der Part auch voll sein. Jo. Wie viele Minuten müssen wir noch fallen? Zehn Minuten vielleicht. Wir sind es bei elf. Ja, das kriegen wir hin. Das schaffen wir. Das sollte kommen. Hervorragend. Gravitationssimulator. Den kannst du einmal versuchen, eine Runde zu fahren? Den kenne ich doch schon. Ja, das ist richtig wie von vorne an, der Server. Er muss nur warten, bis der Zugriff hat, dass er abbrechen kann. Ach so. Na jetzt ist schon die... Gut. Dann fahre ich die Runde nicht mehr. Ja, er muss eben kurz neu aufmachen. Mit den anderen Strecken. Dann kann ich ja so lange... eine Medaille fahren. Nicht unbedingt. Server ist gleich da. Eine ganz kurze Medaille. Island A5, das sieht doch recht schnell aus. Island A5, ich mach mit. Da hab ich noch nichts. Ich habe überhaupt noch kaum was freigeschaltet in Trackmaner. Das ist eigentlich echt dumm. Ja, Goldmedaille 20. Dann warst du online. Bin gleich da. Einmal Goldmedaille 20 ausprobieren. Oh, scheiße. Okay, nochmal. Direkt in den Abgrund gesammelt. Da fährt die Goldmedaille vor mir. Ja, die kriege ich vielleicht. Aber guck mal. Na ja, das würde auch reichen. Ich bin viel langsamer als meine alte... ...dings, wo ich die Zeit geschlagen habe. Und ich springe daneben. Nein, ich springe auch daneben. Nein. Also bei mir ist nichts geworden. Okay, lassen wir das. Wenn der Server eh schon wieder da ist, wäre das jetzt doof. Ja. Äh, da, 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 jawohl, da ist er. Ja. Ah, auch wieder Island. Wo ist der Conan? Er ist auf jeden Fall in der Liste schon mal. Ich bin da. Ja, jetzt ist er beigetreten. Ich bin bereit, ich bin bereit. Revolver. Aber Revolver sagt mir irgendwie was. Kenn ich das echt nicht? Nein. Das haben wir dir noch nie geschickt. Hm, okay. Irgendwie kommt es mir... Die haben wir gerade genannt, die Strecke. Ja. Ja, ja, aber auch das Prinzip, dass man da so rausgeschossen wird... Das gucken wir auch irgendwie bekannt vor. Ist mir nicht bekannt, dass du schon mal fahren musst. Okay. Wenn man von der Ferne in die Revolver aus... Wow, okay, das Ding sieht nicht aus wie ein Revolver. Mehr wie so ein... Äh... Na, wie heißen die Dinger? Ach, komm schon. Ähm... Na, hier. Wie hieß die Dinger bei Stargate? Verdammt. Zeppa. Was? Ach so! Ne, ich wollte jetzt auf irgend so ein Raumschiff raus, aber... Ach so. Zeppa von mir aus auch. Wie hieß denn die Raumschiffe? Ich habe nicht alle Checkpoints einsammelt. Du musst pro Durchgang nur ein Checkpoint mitnehmen, weil du musst die Strecke öfters fahren. Okay. Für einen Durchlauf. Hat er bestimmt schon alle eingesammelt. Ne, 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 bisher nicht. Immer nur einen Pro-Dings. Du musst nämlich sechsmal durchfahren wegen dem Revolver. Du musst ja jeden Checkpoint in der Trommel fahren. Ja. Äh... Kann man da auch oben durch eigentlich, oder muss ich da durch so eine Lücke durch? Du musst... In den Lücken sind die Checkpoints drin. Scheiße. Dann muss ich da rein springen. Oh, ich... Bin ziemlich jedes Mal auf dem Dach gelandet. Äh... Und jedes Mal ist einmal. Also hier langsamer. Oh Gott, ja, ich sehe die Checkpoints. Und... Zack, okay. Hervorragend. Iiiiuiuiuiuiuiuiui. Jetzt komme ich trotzdem nicht drauf, wenn die, die Raumschöfer weißt, da... ...genannt haben. Hieß das einen nicht Poseidon. Ne, Poseidon hieß das nicht. Dadalos. Doch. Poseidon gab es auch eins. Also ich kenne die Daedalos Die Daedalos, genau, genau Die Daedalos war dann die Gut, ich sollte jetzt nicht spoilern, falls das jemand nicht kennt Es gab mehrere Ja, es gab ja Wir hatten alle diese alten Götternamen Ach, gibt's das denn? Jetzt bin ich hier drin gelandet Wow, wenn ich da rein gewollt hätte, hätte ich das nie geschafft Komm ich da eigentlich raus Oh, da komm ich sogar raus, vielleicht Bisschen Glück Wo bist du drin gelandet? Du sollst unten in so eine kleine Locke springen Jaja, ich bin sozusagen In einen Stockwerk weitergefahren Achso Jetzt aber Yes Wow Also die Zeiten Sagen, dass ich vorne bin Definitiv Das kann gut sein Ach Gott sei Dank Ach, jetzt lade ich quasi eine Revolver gerade nach Ich verstehe Jetzt fahren wir hier hoch und laden nach und dann schießen wir wieder raus Und weil so ein Revolver sechs Kügelchen hat, haben wir auch sechs Runden Ja Nur dass die Kugel Nur dass die Kugel immer wieder ein bisschen anders fliegt Wow Was hab ich das denn gemacht? Mit Gefühl Ja, ich bin auf dem Boden aufgekommen und hab fast ein Rückwärts Looping gemacht und wir beinahe wieder richtig kommen Aber die anderen Checkpoints lösen sich jetzt ja nicht wieder neu aus, ne? Das sind jetzt im Prinzip nur die Nee, wenn du die jetzt alle am Anfang genommen hast, dann musst du halt jedes Mal bei den letzten ausgelösten wieder rauskommen Nein, jetzt starte ich hier, leck mich am Arsch Also du hast doch am Anfang alle ausgelöst Nee, aber halt der Ich bin halt jetzt nur Ich hab halt den ersten Sprung nach dem Start sozusagen Und da oben löst sich ja nichts mehr neu aus Ich hab quasi den Sprung verkackt Den Revolversprung Ich bin halt hier hochgefahren und dann halt, ne? Da oben ist halt auch kein Checkpoint mehr gewesen Nee, da könnte ich auch keinen neuen platzieren Das heißt, ich darf hier wieder die ganze Ecke hochfahren Oh yeah Das ist auch eine potenziell lange Strecke Mhm 22 Minuten oder so Ja, aber gesehen haben wir es ja jetzt ja auf jeden Fall Das ist schon mal gut Und eine Runde hast du ja auch schon durch, ne? Ja, theoretisch Also ich bin gerade dabei, die zweite durchzumachen Ich bin jetzt auch in der zweiten Ich bin auch gleich wieder in der zweiten Und darf der den Sprung nicht verhauen Welchen Sprung? Ja, den aus dem Revolver raus Ich bin halt erfolgreich in eins von den Löchern reingesprungen Achso Ja, das ist Kunst Ja Also ich weiß nicht, ob ich direkt nicht, glaub ich bin dran gehangen geblieben Ich war jetzt, hab ich zwei bestimmt wieder vergessen, was ich gemacht habe Auf jeden Fall musste ich neu starten So Und jetzt kann ich quasi da in der Mitte einen von den anderen Checkpoints nehmen Ja Weil da ja drei, äh, sechs Einzelne Straßen sind Hier wird die erste Jetzt habe ich die hinterste und die erste Ja, hervorragend Ja, das sollte man besser nach einem anderen Prinzip machen Das kommt man schnell durcheinander Meinst du? Und jetzt muss ich irgendwie ein anderes Loch da oben reinfliegen Um Gottes Willen Also quasi jetzt hier eins weiter unten Das da, das da, das da, das da, das da, das da, jawoll Nö, alles gut Und jetzt kann ich dann, da drüben, glaub ich, glaub ich, diesmal den ersten Da ist er, ja Da hab ich, glaub ich, diesmal den ersten genommen Und dann nämlich jetzt einfach den zweiten Ja, ich hab die ersten beiden Das heißt, man fährt eigentlich nur deswegen zurück, weil man diese Sprung-Checkpoints braucht Ansonsten könnte man ja alles machen Richtig, richtig Ah Wenn man da also irgendwie besser zurückkäme, könnte man's breaken So, ich hab gleich die dritte Runde fertig Aber da kommt man halt nicht besser zurück, weil es ist ja alles in der Luft So, zurück zu Daedalic Was, nee, nicht Daedalic, Daedalus Daedalic war wie das andere schon Prometheus hieß das andere, aha, siehste Richtig Jetzt Richtig Ich hab auch danach gesucht, verzweifelt Der Name ist der ganze, die ganze Zeit ist mir der Name, den, den hab ich gesucht Die Prometheus Aber es kommt auch darauf an, ob man Stargate oder Stargate Atlantis guckt Weil Atlantis war, glaub ich, die Daedalus stärker vertreten Und den normalen, die Prometheus-Mär Jein Oder gab's noch ein drittes? Es gab, äh, nachher noch ein drittes, das wurde nach den General benannt, weil der ja verstorben ist Also der Schauspieler ist verstorben Und die haben den in der Sendung dann auch General Hammond das Schiff genannt Echt? Okay Ja Ah, Stargate war schon eine große Serie War eine der letzten Folgen Habt ihr dann Stargate Universe eigentlich geguckt? Nein Nee Das fand ich dreckig Naja, also hast du es geguckt oder fandest du es direkt dreckig? Ich fand es direkt dreckig Ich hab noch eine Folge davon gesehen Okay, ich hab's schon komplett geschaut Also, so komplett, wie man es halt schauen konnte, denn es wurde ja nach der zweiten Staffel abgesetzt, leider Ich find's viel schlimmer, dass Atlantis und so abgesetzt wurde Da hat man noch ein bisschen Ja, Universe war halt Wenn man mal von diesen ganzen modernen Serienelementen absieht, die sie halt mit eingebaut haben Dann hatte es schon seine, seine interessanten Aspekte und Charaktere auch Also da gab's schon, äh, ich, ich hätte schon gerne weiter gesehen, muss ich sagen Vor allem, weil sie natürlich das wieder so blöd gemacht haben, dass da, wo sie die, die Staffel quasi dann beendet haben Und wo dann auch abgebrochen wurde, das war halt schon ein relativ spannender Moment eigentlich Wenn sie es dann nicht auf eine andere Art und Weise plötzlich gelöst hätten, aber Genauso wie Atlantis, wo die auf einmal quer durchs Ding ziehen und dann Ich weiß gar nicht, ob Atlantis wurde das quasi auch abgesetzt oder war das schon geplant, dass es so aufhört Ich glaub, das wurde abgesetzt, äh, irgendwas nicht gefehlt und ich bin drei Zentimeter vom Checkpoint abgeschmiert Scheiße Ich bin drauf auf dem Dach wieder gelandet Ja, ich auch Ist schon wer weiter als Ich bin jetzt gleich in der vierten Runde Ach, ich bin in der vierten Dings und krieg den untersten aller Checkpoints nicht von den Räuber Ich weiß gar nicht mehr, welche ich ausgelöst habe, das darf ich gleich raten Ich hab jetzt, äh, alle links, ach ja doch, alle links und die Mitte gleich, die Mitte oben Wenn ich den jetzt erwischen würde, aber den erwische ich halt nicht Ach, leck mich Ich bin gerade an die Mitte unten am Tüten Toll, endlich Jetzt haben wir halt auch schon 24 Minuten, ich weiß nicht, warum wir das zu Ende fahren Ja, dann können wir schon machen Dann machen wir dann etwas längere Folge Und für die letzte Habe ich eigentlich kein Problem mit Es geht Ja, das glaube ich schon 1, 2, 3, 4 und durch hier Und jetzt ist er wieder vor mir, die Sau Ach, ne, es ist Conan Ich komm da nicht rein in den Checkpoint Also, du konntest ja in Runde 3 Ja Okay, Runde 4 ist gleich durch Hier mich auch Ja, kein Problem Ach, das ist so doof, ich muss jedes Mal jetzt mir neu überlegen, wie ich hier anfangen muss Weil es ja nie die gleiche Geschwindigkeit ist Scheiße Ich finde das eigentlich von weiter hinten wesentlich einfacher als von ganz vorne Echt? Weil du dann immer, äh, quasi volle Geschwindigkeit hast, wenn du drauf kommst Ja, ja, okay Oh, die Tüle Dachio, hättet ihr kein Aufzug einbauen können? Äh, ne Trackmania hat leider solche Sachen nicht Sonst hätten wir gerne sowas wie Portal eingebaut oder sowas aber Oh ja Aber dann würden wir Strecken bauen, da wirst du gar nicht klar kommen Das wär geil Das wär ne gute Labyrinthstrecke mit den Portal Trackmania Mod mit Portal Ja, und dann so etwas wie Orientierungskanal mit Portalen Rastest du komplett aus Portal ist auch ein cooles Spiel Bestes Spiel 2011 Definitiv besser noch als Skyrim Finde ich Würde ich sagen, kann man nicht vergleichen Kann man auch nicht, aber von Spielspaß her fand ich, äh, Portal besser Nein Boah, das ist auch nur persönliche Meinung Ja, eben, wollte ich grad sagen Aber mehr als die persönliche Meinung hab ich ja sowieso nicht Ich kann ja keine Objektivität so richtig mit mir Naja, du könntest halt jetzt mehrere Puzzle-Spiele vergleichen oder mehrere MMOs zumindest Da könntest du gucken Ja, aber es ist mir grad zu müßig Sind sie, ja, 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 klar Und ich fall auch mal runter So, ich bin in der vierten Runde Ja, jetzt machen wir die linke Seite Den unteren heben wir uns, glaub ich Und jetzt alle in der vierten Runde Ich bin jetzt gleich in der sechsten Ich glaub, wir machen den unteren gleich Ja, der unteren, den machen wir gleich Der scheint etwas gemeiner zu sein Nimm immer den, den man gerade kriegt Nicht Ja, aber ich muss doch beim Sprung schon etwa Ja, aber ich sag mal so Wenn du merkst, dass du gerade auf den oberen fließt Dann musst du nicht extra stark abbremsen Nee, nee, das ist ja klar Bei den oberen hab ich ja schon Ja, dann musst du Tüdel Aber solange man noch die Wahl hat Muss man einfach nehmen, wo man gerade drauf fliegt Und nicht zu sehr versuchen, da eine Strategie dahinter zu machen Das stimmt, wobei die Richtung ja trotzdem Direktensprung vorgegeben wird Ja, aber man kann den Influg noch ziemlich was beeinflussen Du kannst dich jetzt nicht umentscheiden, wenn du nach links springst Dass du doch lieber nach rechts springen willst Sieht eigentlich ganz gut aus für mich, soweit Oh, wollte ich gar nicht, aber gut, dann nimm mal den Ne, nimm mal den, nimm mal den, nimm mal den, nimm mal den auch nicht Nicht geklappt Nö Oh, hi Fünfte Runde Ja Sechste Och Gott Das ist schon überüberwundet oder was? Äh, ja Ich bin in der, ich bin jetzt in der fünften Holy shit Komm, in den unteren will ich noch haben Der Sprung war ganz knapp Iiiiih, nein, leck mich doch Boah, der ist gar nicht so einfach Ja, ich muss jetzt auch einen so in unteren kriegen Das ist nicht so Ganz einfach Unten habe ich, aber der Mitte unten, der ist gerade Der ist hart Das stimmt Und ich hab mich gerade verfahren Klickwunsch Weil ich will jetzt nach rechts unten und nicht nach links unten Es fehlt noch die Cobra 11 Musik Weil es ist ja Revolverstrecke Ah, fuck Und man fährt relativ schnell Ja Aber die Folge gestern war gut Ja, viel fett krass Explosion Nee, gar nicht mal Aber die, äh, machen mittlerweile Ich weiß nicht, ob du Schaust du aktuell Cobra 11 oder eher nicht so Eher nicht so Aber früher ist es oft geguckt, ja Die haben mittlerweile so ein bisschen ihren Stil geändert Und erzählen, sagen wir mal, ziemlich düstere Geschichten Und ziemlich dunkle Es ist jetzt weniger diese Es gibt schon auch noch Folgen Kommt halt auch immer drauf an Es sind immer unterschiedliche Regisseure und Produzenten, die das machen Ja Es gibt schon auch diese blöden, ich sag mal, Comedy-Folgen Wo die ganze Zeit alles total lustig ist Obwohl eigentlich schon, äh, alles dramatisch sein könnte Ja, da Leute ein Tod wurden Ja, ja, genau Aber, äh, gerade die gestrige Folge Die war auch ein, war auch ein Einteiler Also ein Einteiler War der erste Teil von einem Zweiteiler, so rum Äh, die war schon, äh, sehr Puh Knackig Ja, durchaus Zumal auch einer der Hauptdarsteller dann, äh Was heißt Hauptdarsteller, eher einer der Nebendarsteller, aber Ich hab halt einen den aussteigen lassen Am Ende der Folge Ups Und, wie sieht's bei euch aus, gerade? Immer noch fünfte Runde Das Gute ist, ich erzähle jetzt von der gestrigen Cobra 11-Folge Und diese Folge hier ist irgendwie in zwei Wochen oder so auf YouTube Ja, die kommt dann am nächste Woche Freitag Und dann denkst du, hä? Da kann man nicht mal mehr die Folge auf RTL Now nachgucken Wenn's jetzt einen interessieren würde Die Ausgelöscht Teil 1 Da ist dann schon in die Ausgelöscht Teil 2 gelaufen Und die andere danach auch schon Ich begrenz meine Videolänge gerade, ne? Ich hab noch 4 Minuten 22 Willst du mich verarschen? Ja, wie gesagt Die Goldzeit auf dieser Strecke ist 22 Minuten Dementsprechend von Gold und die Prozentsahnen drauf, ne? Holy shit Das schaffe ich doch nicht mehr Aber ich hab gerade die Ich bin gerade am Beenden der 4. Runde Bei 2 Runden kann man Kann man das schaffen? Ich glaub nicht Wenn man ideal durchkommt Wird eng Ja, nee, auf keinen Fall Der müsste schon sehr ideal sein Auf keinen Fall Allein wie lange du schon brauchst Selbst nur das zu fahren Selbst wenn die Springe funktionieren würden Allein die Treppe Ja Ja, eben Stimmt wohl Ich schaff's wenigstens noch Mich bis zur 6. Runde zu retten Durch welchen bin ich jetzt eigentlich gerade gesprungen? Ich glaub schon Da hab ich noch nicht zugeguckt Ich hoffe den unten Mitte, glaub ich Ich bin mir jetzt nicht sicher Ich hoffe mal 1, 2, 3, 4, 5 Hey, Moment Dann hab ich hier in der Mitte gar kein Checkpoint mehr Scheiße Ne Sind da nur 5? Ne, da sind 6 Hä? Natürlich sind da 6 Ja Wo hab ich denn dann ein Ausgleich? Hast du hier alle oben und unten? Also da hab ich Ganz rechts Und ganz mittig Jetzt fehlt sozusagen noch der unterste Ja Ja Der unten rechts fehlt noch Also du meintest ganz links und mittel Hast du gerade beide Hab ich gerade ganz rechts gesagt? Ja Kein Kommentar Die 1, 2, 3, 4, 5 Den letzten hast du aber schon, ne? Du hast am Anfang gesagt Du hast den ersten Hier hab ich den ersten Das ist eine schlechte Zeitpunkt Das Spiel zu betreten Ja Scheiße Boah, ich bin jetzt aber fast in 2 Minuten Da einmal die Runde rum Ja Krass Aber ich sag ja Von weiter hin ist es irgendwie einfacher Da rein zu springen Ja Okay Guck Boah, mit ein bisschen Geschick Aber das haut das halt nicht hin Ne, die Treppe dauert zu lange Sonst wird das gehen Ja, wie gesagt Vorhin als ich hier auf der Treppe war Kam gerade die 4 Minuten 37 Oder was das war Das heißt, ich hab jetzt ein bisschen Maybe 2 Minuten gebraucht Musste aber auch einmal in der Mitte Neustarten Ja Jetzt müsste ich aber auch Nun direkt in den unteren Reihen treffen Oh Gott, wie gesagt Wenn alles hier läuft, wäre knapp Oh je Die 1 Minute 31 Wärst du mit mir durchs Ziel gefahren Wärst vermutlich gegangen Vielleicht Aber jetzt kommt halt auch Der schwierige Sprung Deswegen Denk mal eher nicht Dass der noch drin ist Ja, ich muss jetzt auch noch Den langen Sprung schaffen Bist du ins Ziel, oder? Ja Ja Dann hätte ich alles, aber Ich muss jetzt erstmal gucken Welcher Checkpoint hier in der Mitte Jetzt fehlt, verdammt Oh, ich hab's geschafft Ich schaff die Treppe nicht mehr Ja Okay, wenn du das nicht weißt Dann Den hab ich Den hab ich Ah, den hab ich ausgelassen Nummer 4 Fail Da hast du den 1. und 6. So Ist auch so ne Strecke Von der Idee her ganz schön Aber zum Fahren so ne Sache Rechts unten Rechts unten Bremsen und Durch Wow Shit Respekt Reicht aber leider nicht Aber ich hab alle im Revolver abgefahren Ey du Ich hab's noch geschafft In der Verlängerung geschafft Ich hab jetzt im Prinzip da auch dann alle Checkpoints Nur ich komm nicht mehr ins Ziel zurück Ja Aber das ist ja auch schon viel bei dieser Strecke Ja, doch Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das in 4 Minuten noch drin ist Ich find eigentlich schon, dass das aussieht wie ein Revolver Ist halt der Colt ausgeklappt Ja Ja, ich bin halt so ein Sci-Fi-Typ Ich seh da halt Raumschiffe Oh, wo fährt der denn hin? Weiß nicht, wieso der noch fährt Ich seh da halt Raumschiffe Ja doch, ja Ja, ja So sieht schon aus wie ein Revolver Ja, ja doch Sogar ziemlich nice Da erkennt man ja sogar Krass, wenn man's aus der Perspektive anschaut Könnt man fast meinen, dass es wirklich, äh Dass die Dass das Lager quasi wirklich da drin ist Cool So hat das ja doch noch erkannt Müsste sich jetzt nur noch so reinklappen Klappen Ja, nochmal Ja, mal eben Ah, gut Dann haben wir genug Trackmania gemacht für heute, glaub ich Und auch für die nächste Zeit Mal gucken Und machen wahrscheinlich mit Isaac weiter Ich weiß es noch nicht, oder? Isaac ist halt so ein Rumgefailen Wobei ich möchte auf jeden Fall jetzt mal ein paar Samsung-Runs machen Mit dem ein bisschen spielen Den hab ich jetzt freigeschaltet Im Stream Kannst bei Isaac ja auch ein paar Leute als Gast dazu haben Denn du bist ja auch nicht so alleine Ja, Entwickler zum Beispiel Genau Entwickler nicht unbedingt, aber es gibt ja viele im Chat, die in Ja, ich weiß noch nicht, ob es dann nicht genauso läuft wie bei, äh Dingens Ich weiß nicht, ob es dann einfach rumzulecken und so weiter Aber man könnte es mal ausprobieren, ja Das stimmt Dann müsstest du zumindest, hättest du ein bisschen Zeit ersparen Das beim Nachgucken der Items Ja, aber ich bräuchte auf jeden Fall Darius Der ist richtig flott, was Isaac angeht Oder Spuk Wobei, ich glaub, bei Rebirth kennt er sich gar nicht mehr so gut aus Bei, bei Dingens war er richtig top Ja, aber wenn er schon, schon die, äh, ganzen alten Items kennt Dann kennt er ja auch schon eine Menge Naja, klar Glaub ich die Aufnahmen eigentlich noch? Ja Wollen wir die noch, wirklich noch ein zweites Mal fahren? Was? Ich bin schon raus Achso Ich fahr grad einfach nur weiter Ich mach jetzt noch, ich mach jetzt noch das, was ich vorhin machen wollte Ich hol mir jetzt noch in Island A5 die Goldmedaille So Ne, du, du wolltest noch mal, äh, die Strecke zeigen hier, äh, Quiz Ne, nein Ne, nur einmal im Editor öffnen und dann den Untergrundsicht anmachen Dass man mal sieht, was für ein Tunnelgewächs ich da gebaut hab Achso, das kann ich machen auch gleich, warte Jetzt, jetzt, hab ich nur schon Island A5 gestartet Ja, macht ja nichts Kannst ja eins, zweimal probieren und dann Ja Weil das, äh, mein Bruder hat mich drauf gebracht, dass das doch extrem nach was aussieht Okay Ich krieg den Sprung grad wieder nicht hin Naja, äh, äh, Silber Immer in Silber, das reicht erstmal so Ach ja, wir wollten doch überhaupt gucken, was ich für Zeiten bei euren Strecken gefahren hab Richtig Das kann ich ja kurz mal durchgehen Das sind jetzt allerdings nicht alle dabei, glaub ich Ich weiß es gerade gar nicht Ja, wir haben ja endlich abgebrochen Fritz fällt immer zwei, ja, stimmt Metropole hat schon mal nix Ein Zehntelstrecke hat Gold Augen zu und durch hat nix Bleifuß, erster Wunsch, hat, äh, Autorenmedaille Okay Ja, das ist eine alte Strecke Ah, das find ich ja gerade echt interessant, dass das dann quasi wirklich hier nachgetragen wird Das wusste ich auch noch nicht Wenn du die Strecke neu fährst, hast du sogar deinen alten Ghost dabei, hab ich gemerkt Ah, okay Bogen und Spiralen hat nix Kart 02 hat Autorenmedaille Kart 05 hat Autorenmedaille Circuit 1 hat Autorenmedaille DHL hat Silber EDV hat nix Also EDV Zero, okay, das sind jetzt alles EDV Zero hat nix Carrera hat nix Al-Urmar hat Silber Bist du schon reingesprungen? Vierfache Schleife hat nix Raraka Atoll hat Gold King of the Hill hat nix King of the Hill 2 hat Silber Licht und Schatten 1 hat nix Was? Das haben wir doch abgeschlossen Ja, das haben wir abgeschlossen, aber wir sind ja ein bisschen später eingestiegen mit den Folge zu Eigentlich müsste es Licht und Schatten 2 sein Richtig Ah ja, okay Ach ja, da steht die 2 Grand Prix Racing hat nix Uvos hat nix Was? Nix? Okay Abendämmerung hat Gold Micromassions hat Bronze Also Micromassions 8A Micromassions 8B hat auch Bronze Burg 3 hat nix Burg Ruine hat nix Hä, der Kai hier Bravo ist vor mir Was zur Hölle? Micromassions 9 hat Silber Speedway 2 hat nix Jetzt kommen die ganzen Kornkammer Äh, nix 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 Du wörnst dir aber nix Bitte? Du wörnst dir aber auch nicht viel Achterbahn hat Gold Sehr schön Ah, jetzt bin ich wieder vorne Micromassions 1 hat nix Micromassions 2 hat nix Einfach von A nach B hat nix Eiskunstlauf hat Bronze Oh, was? Ja, gleich nochmal spielen Da hab ich mir so viel Mühe gegeben Oh Fahrprüfung hat Silber Fahrprüfung 2 hat Silber Good Warning hat nix God I Love These Chumps hat nix Zwei Minuten Ja Holy Shit Und das ist noch mit, äh, zweimal auf die Schnauze fliegen beim letzten Sprung Alter Ich hab das Replay gespeichert Wenn du es unbedingt sehen möchtest Ne, ne, ich glaubst dir schon Gravitationssimulator hat nix Hallenfahrt hat nix Hindernis 2 hat Autor Hindernis 3 hat nix Hindernis 4 hat Silber Hindernis 11 hat Autorenmedaille Hindernis 13 hat nix Hindernis 17 hat nix Hindernis 7 hat nix Hometown hat Autorenmedaille Ibiza hat Autorenmedaille In der Nacht hat nix Inselerkundung hat nix Inselspringen hat Autorenmedaille Kanalverteil 2 hat Autorenmedaille Was? Okay Koprohag hat Silber Letalität hat nix Map 2 hat nix Marathon Ja, gut Wollte ich nicht sagen Meisericke 2 hat Autorenmedaille Mundan 2 hat nix Nicht zu schnell 2 hat nix Pingpong hat Autorenmedaille Querbeet hat nix Quiz hat nix Radarkontroll hat nix Skyline hat Bronze Speedway hat nix Sprint 6 Sprint Sprint 6 hat nix Sprint 7 hat Autorenmedaille Du quietsch ein bisschen Wenn du S ausdruckst Sprichst Sprint Quietsch Straßenverplanung hat Silber Straßenverplanung und 2 hat nix Tennis hat nix Zweigesystem Zweigesystem hat Gold Gold Gratsch Quiz Übern Editorladen Da fehlt natürlich in der Liste jetzt Mundan 3, weil du die ja nicht hast Ja Jo, das Überleben war, glaube ich Und die Revolver Wie fandst du die eigentlich dafür, dass du die so schnell zusammengetackert habt? Ja, gut Ja, was heißt schnell Vier Stunden, das ist ja die ordentliche Bauzeit für nur der Strecke Ja, aber So an und für sich Aber es, äh Du meinst da das Tunnelsystem an nach hier, ne? Ja, so genau Sieht ein bisschen aus wie ein Computership, wurde mir gesagt Warte Warte, warte, warte Ach, scheiße Ich muss erst mal zurückscrollen hier Ja, mit der Alter, der Bravo ist schon wieder vor mir Ich raste aus Oh, wie ging denn das jetzt hier wieder? Dass ich mich bewegen kann Nein Wie konnte man nochmal? Nein Äh, Bild hoch, Bild runter Ach, Bild, um Gottes Willen Ne, haut auch nicht hin Ach, hier oben wahrscheinlich Ah Raussohnen Ja, hier so ein bisschen Raussohnen gibt's da auch diese Lupe für, um das zu machen Jetzt hab ich's, jetzt hab ich das, was ich gesucht habe Hervorragend Ja, das sieht schon sehr interessant aus, ja Das war eine Qual, das zu verwegen und dafür zu sorgen, dass die sich nicht schneiden und alles Ja, das glaub ich Ich hab ja, ich mein, gebaut hab ich früher auch schon Strecken, aber Ja, dann müsstest du die auch nochmal let's playen Ne, nicht fertig Wieso nicht fertig? Ich wollte sagen, gebaut hab ich schon früher, aber das hat halt immer nie so hingekommen, wie ich wollte Eben wegen solchen Sachen, wie über Kreuz und das und jenes Und jedes Mal bin ich mir in die Quere gekommen und irgendwann hab ich halt einfach keinen Bock mehr Ich hab für sowas nicht die Geduld Du hast keine Geduld? Für sowas nicht? Ne, ich hab auch keine Geduld in SMW-Hack zu basteln No way Da würde ich jetzt zum Beispiel auch für ein Level mehr länger brauchen, wie für eine Strecke Naja Jetzt fahren wir noch, was fahren wir noch Ach komm, die, die, die hab ich ja alle schon Die Desert A5 hab ich noch nicht, dann mach mal die noch So, komm hier, zack Wie viel Videolänge hast du denn noch? Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde Achso Aber, also im Prinzip ist es jetzt auch wurscht Ja Jetzt gucken eh nur noch die ganz Bekloppten zu Hallo Also, also keiner mehr Genau Weiß ich, Trackmania, weiß ich nicht Kann mir nicht vorstellen, dass ich da viele Stundenfahrzeig bekomme Ach naja, es kommt drauf an, wie man das Let's Play schaut Wenn es meist, wenn viele das so machen, wie ich das zum Beispiel bei Gronkh mache Irgendwas nebenher zocken und einfach Let's Play laufen lassen und labern lassen Gut, aber bei Gronkh hast du halt auch wirklich das Labern Hier müsstest du halt schon, weiß ich nicht, ob, also mein Labern ist nicht interessant Ist das Boah, die Goldzeiten sind schon Interessanter, als wenn wir nicht dabei wären Ach, definitiv, ja Ach Mist, ey, wie soll ich denn den Goldtyp da kriegen? Vier Torun, André, und du? Ich bin noch in der dritten Was fahrt ihr eigentlich? Ihr fahrt nochmal Revolver? Ja Ja, sicher Freiwillig? Ja, weil der andere Typ noch am Server war, aber der ist jetzt auch schon weg Ach so Neun Minuten vierzig sind wir jetzt gerade Boah, ich darf da nicht hängenbleiben, wie mache ich denn das, dass ich da nicht hängenbleibe? Welchen Wagen? Scheiße, Desert Oh, das kann ich so auf die Pände nicht erklären Also in der Kurve sozusagen Oh, jetzt könnte ich glaube ich bei gar keinen Weil der Goldtyp kommt irgendwie echt schnell um die Kurve und ich halt irgendwie nicht, ich kipp immer Kannst du für ein paar Chopper den Weltrekord als Gauss holen und denen nachfahren, dann ist es so weit Wie man es richtig richtig macht Für Chopper? Ja Du kriegst ja immer 200, wenn du mal lange nicht online warst Chopper? Und für Verleidigung ist, dann ist das natürlich ein interessanter Satz Ja klar Ach, leck mich doch Wo, 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 wo Äh, nein Weder noch Wo, 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 wo Das war nicht an euch gerichtet Oh, man Nein Nichts darf man hier Echt No way Da war ich lieber nochmal Gebäuver Ja, vielleicht haben wir das noch offen Oh, 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 oh Nein, nein, geh weg, geh, geh, geh Danke Gold, sehr schön das ist das hier weggehen mit ihr doch nicht das war auch nicht an euch gerichtet was ist denn das hier kann man noch nach unten ach was er schmeißt keine Wecktonnen ach hier kann man nur oh ach der untersteil von den mittleren ist mies den hab ich eigentlich recht einfach weg ich hab wieder nicht gemerkt welche ich schon gehabt ja wir haben schon mal gefahren sogar das wusste ich also eigentlich wusste ich es aber gerade war es mir neu dass man hier noch runterscrollen kann oh Gott okay das ist dann bei grün auch so ja ach du heilige da ist ja echt viel was man freischalten könnte habt ihr da überall Gold eigentlich bei den Originalstrecken nicht überall ich bin gekommen bis ich weiß es nicht deshalb hab ich D1 glaube ich oder D2 und Rallye hab ich bis zu letzten Dings freigeschaltet ich hatte ich hab ja mein PC neu gemacht deswegen alles verloren aber vorher hatte ich alles auf Gold bis auf zwei von den E-Strecken ich glaube Snow und noch was die E-Strecke von Coast hatte ich sogar alles auf Orton Medaille ich glaube Coast hatte ich alles Orton mal okay ich könnte mich wieder über die Maus amüsieren hier im Bild ist die Maus hier an der Stelle aber in Wirklichkeit klicke ich hier unten auf den Pfeil drauf ich verstehe nicht was das mit der Auflösung bei mir ist aber gut das ist Hexerei entweder OBS meint ich hab ne andere Auflösung oder mein Computer meint ich hab ne andere Auflösung einer von beiden spinnt jedenfalls keine Ahnung du hast ein Windows Betriebssystem das ist der Computer achja ja oder ich hab halt in OBS irgendwie die falsche Grundeinstellung von der Auflösung her ich versteh das immer nicht ich versteh gar nicht warum ich nicht schneller bin das letzte Mal wir sind hier bei 13 Minuten äh bei 13 Minuten und ich bin erst jetzt bei der 6. Runde ja so jetzt hol ich mir noch hier die Goldmedaille und dann hab ich auf der ersten Seite alle Goldmedaille auf der ersten Seite also alle A-Strecken oder nur die ersten 3 Fahrzeuge alle A-Strecken genau die ersten 3 Fahrzeuge ich hab nämlich gerade erst gesehen dass man da auch noch einen Pfeil runter auf die anderen Strecken kommt ich hab da schon mal einige fahren anscheinend weil da hab ich auch schon mal eine Goldmedaille aber das waren jetzt gerade jetzt in dem Moment war es mir neu komischerweise ja das ist aber auch echt kompliziert alles total ach mensch warum fahr ich das jetzt überhaupt nicht ich sollte den Part beenden ganz ehrlich ne du fährst noch so lange bis wir auch durch sind das macht einfach Spaß Trackmaner das ist echt ein Spiel was Spaß macht das ist äh ok wenn ich den Checkpoint schon hatte welchen hab ich denn nicht na großartig ich weiß auch schon nicht mehr welchen ich hatte ich hab jetzt äh 3 Stück glaub ich ne du musst es 4 haben mach doch einfach der Reihe nach macht doch im Uhrzeigersinn ja wenn ich dann so angefangen hätte wäre das natürlich äh einfach da weiter zu machen aber ich weiß nicht mehr ich bin irgendwie gefahren und jetzt ist das ich bin ach doch Mann ich war vorne Drecksau das war scheiße aber wie immer gleich auch diese Aufregung dabei ist es unglaublich ok ja 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 sieht gut aus sieht gut aus sieht gut aus und springen geradeaus hervorragend na das muss jetzt aber wenn das nicht hinhaut dann weiß ich auch nicht man kann ja äh verschiedene ähm Modelle anstatt die Wagen reinladen da hat jemand mal ein äh ähm ähm 3D Modell gemacht von so einem F-Zero äh Gleiter ich hab gefunden und das Schöne daran ist dass wenn du die äh Goldmedaille einmessigen gehst dann benutzt er manchmal die anderen Modelle und dann musst du gegen den F-Zero Dings fahren sehr schön auch Schwarz kann man noch gar nicht fahren ne da muss man erst die benötigen die Goldmedaille auf allen vorherigen Strecken von Stadium um diese Strecke freizuschalten ja richtig alle auf Gold ach hart aber ansonsten kann man achso ja wie gesagt ich hatte alle Schwarzstrecken schon auf äh Silber mindestens die meisten auf Gold und na gut aber die Schwarzen die dauern dann schon eine Weile die sind ja nicht so kurz wie die ersten und deswegen sind die Schwarze ja auch viel cooler und das dann auch noch perfekt fahren boah definiere lang ja ja 2-3 Minuten ne die sind länger siehste das ist lang noch länger sogar ok so jetzt aber hier äh Partband mal 52 Minuten ne warte meine Güte das äh das ist äh wie lange haben wir eben gebraucht für die ganzen Strecken für die Revolver was ist die Plattform äh was ist das denn Plattform A1 du weißt dich was Plattform ist auf Plattform musst du eine Strecke äh durchfahren egal in welcher Zeit Hauptsache du hast äh äh keine äh kein Unfall gebaut also nicht zurücksetzen und Gold kriegst du wenn du dich nicht zurücksetzt äh Silber wenn du dich dreimal zurücksetzt und bei 10 mal noch Bronze ah ja doch das habe ich schon mal gesehen warum habe ich denn das hier nicht geschafft das muss doch total einfach sein erstmal die erste boah das ist ja cool cooler Spiel ich habe das ich kenne das eigentlich warum kenne ich das denn jetzt gerade nicht warum habe ich denn immer so ne also die also ich habe jetzt die Gold also ich habe jetzt die Gold die Autorenmedaille auf Revolver unterburten mit 16 29 60 und die Originalzeit ist 26 39 warum hatte ich da bisher keine Goldmedaille das war voll einfach weil du das auf dem neuen Laptop installiert hast und hast die Speichelstände nicht wohl gezogen ne 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 um Gottes willen die die Speichelstände sind übrigens da also von meinem alten ach so das alles da aber Plattform ist ja auch cool Mensch das habe ich alles ich kenne es eigentlich aber ich habe es noch nicht ja Stunts das kenne ich das ist lustig oh jetzt habe ich die Zeit mir 21 Sekunden schneller habe ich glaube ich hier auch noch gar nicht ach hier bei Blau habe ich mal ein bisschen gespielt kann ich mich noch deutlich verbessern bei Puzzle muss man selber erst eine Strecke bauen oder ja da muss man ein paar Teile einsetzen und dann halt das ist quasi wie im du hast uns selber noch vorgeweint dass du die letzte Puzzle Strecke bei Dings nicht geschafft hast richtig genau genau aber ich meine das hätte ja sein können dass das hier was anderes ist ne zum Ziehen einer Straße bewegen sie die Maus wenn sie die linke Maustaste was mach ich doch ach so ach so nochmal weg meine Oberzeit nicht verbessern ach das meint er jetzt ok dann machen wir das hier hä ach jetzt jetzt wird eine Straße draus dann baue ich die doch so dann komme ich doch hier gerade durch das sollte doch am schnellsten sein ok das ist jetzt höher als das Ziel was habe ich jetzt gemacht du kannst halt nicht auf ich habe die ganze Zeit eins zu hoch gesetzt ja zurück weg 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 alles weg zum Glück gibt's geht's hier nicht um die Zeit wie lange man braucht um eine Strecke zu bauen Gott ist das peinlich so hier zack Kurve rum 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 ich sehe nichts mehr nein nein nimm doch auch mal Wein hier so rum was nimm doch auch mal Wein das willst du andauernd nur mit rum Gott sag Radfahreners grüßen ich sag den guck ich übrigens noch nicht den guck ich übrigens noch nicht mal ich bin genau ins Loch gesprungen aber ich habe es überlebt so jetzt aber hier wo fahre ich jetzt die Strecke wo geht es jetzt hier zum Fahren hier auf das Auto ne genau Rennmodus oder Eingabe genau ok das sollte doch hinhauen 57 Goldmedaille was das haut nicht hin oder 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 4 5 6 und durch ach leck mich am Arsch nicht funktioniert nochmal Minus 46 Sekunden na ich könnte Reworber noch ein Stück schneller schaffen das war ganz ok aus ach das gibt es doch nicht der hängengeblieben hängengeblieben sowieso na bitte 724 ich wäre noch richtig gemein zum letzten Part hin 724 ach das ist äh das ist noch nicht gemein da habe ich schon gemeinere Sachen gehört warum sind so wenig Puzzleteile das sind eigentlich das ist doch voll gemein das ist viel zu wenig ja dass du überlegen musst nein ich ich sollte ich sollte wirklich nicht Teile und Dings sagen sondern ich meine halt Level ach Puzzle Level in weiß gibt es nur 5 in grün gibt es nur 5 voll langweilig viel zu wenig aber gut hauptsache es gibt überhaupt welche das kann man akzeptieren ja Puzzleteile klar wenn ich Puzzleteile sage sind freilich die Puzzleteile das ist äh ja mit Puzzleteile ist gleich Level ach warte ich sehe es ja United hier ist ja auch noch Nations ja und Star ach hier aber bei Nations da habe ich einiges offensichtlich mal gespielt guck mal da habe ich überall Gold hier bei Blau habe ich auch überall Gold bei Rot habe ich nicht überall Gold aber da habe ich viel gefahren okay und Schwarz natürlich nicht freigeschaltet und Star Trek genau was war das denn jetzt da haben welche äh haben die Strecken von anderen Leuten die welche gemacht haben übernommen und daraus eine Liste zusammengestellt von den Besten ah ok auch cool aber es ist auch alles quasi nur Runden fahren ja kein Puzzle kein Stunt kein Dingens okay ah cool aber die sind echt schon haarig das wäre zum Beispiel auch mal was für ein Stream was man sich hier so ein bisschen durchguckt wobei ich weiß nicht ob das interessant ist keine Ahnung Spaß macht es auf jeden Fall was für ein Stream es sich bezweifelt ist jetzt sollten wir wirklich den Part werden sonst kriegen wir noch eine Stunde hier 57 Minuten wirst du mich verarschen ja dann können wir die Stunde auch noch machen ja ich ja auch eine das ist ja auch der letzte Part genau eine Stunde und dann wirkst du einen einfach mitten im Satz ab ach komm dann fahr ich noch einen Star Trek fahr mal den weißen Star Stadium A1 was du äh machen kannst ist du kannst in den Ordner gehen und die die äh Star strecken und dann musst du die letzte Bay Strecke aus angucken die eh die ist toll da weißt du gar nicht wo du langfahren sollst in den Ordner gehen ach so ich kann sie quasi nicht fahren aber ich kann sie mir am Editor angucken oder wie meinst du das ne du kannst sie ja aus den äh Ordner wo die jetzt liegt äh rausziehen und in deine eigengemachten Strecke rein soo voll gecheatet ja der muss nicht alles freischalten ja gut das würd ich mir dann lieber noch aufheben oh sehr schön direkt Goldmedaille geholt auf der ersten find ich gut ah ich bin schon in der dritten Runde bei Revolver wieder ne Minute Vorsprung ja ne Minute Vorsprung zu vorher krass noch 50 Sekunden dann haben wir die Stunde voll übrigens dann kannst du dir noch ein Resumé bringen 17 Sekunden Gold genau Resumé ja hat wieder viel Spaß gemacht auf jeden Fall und ist äh ich würde auf jeden Fall auch das nächste Mal wenn ihr wieder Strecken habt das wieder mit euch machen wollen das ist äh für mich deutlich interessant und ich glaube auch für die Zuschauer dann muss ich kein so ganz schlechtes Gewissen haben dass ich wieder mit Trackmania ankomme denn mir macht Spaß Trackmania aufzunehmen die Strecken sind toll hast du ja ne Lieblingsstrecke ufff Gott ja nicht unbedingt eine aber so ein paar wo du sagen kannst die waren schon besonders auffällig ich kann ja nicht nur für die Spiel entscheiden ich schweige denn für die Lieblingsstrecke ja das muss ja nicht die Lieblingsstrecke aber sondern so ein paar wo du sagst die sind halt ein bisschen die waren was von uns was man so sonst nicht sieht ähm was haben wir denn alles gefahren boah sie müssen sein nein jetzt bin ich fünf Sekunden hinten scheiße äh puh Klappenblüte verspiegelt schwierig da eine Lieblingsstrecke rauszufinden Achterbahn war geil Achterbahn Achterbahn hatte irgendwie die da also das ist zumindest eine an die ich mich halt gut erinnere das ich weiß nicht warum vielleicht weil wir da viel drüber gequatscht haben aber die hatte irgendwie die die habe ich gerade gut in Erinnerung was habe ich denn noch gut in Erinnerung gut die Sprungdinge war natürlich auch richtig klasse die Ufo Strecke war auch interessant ja da bist du ja nicht alleine der hat ja schon von anderer Seite auch Lob gekriegt ihr habt halt immer ziemlich interessante Ideen das ist halt auch so schön abwechslungsreich ja wenn man dasselbe baut ist ja auch irgendwie Banane ja ja klar vor allem ich nenne jetzt heißt der Part ja auch immer noch Tracks von Fritz Feld und Edorde de Woken und jetzt mache ich hier Goldzeiten in den original Trackmania strecken das ist doch egal wir sind ja noch dabei das ist ja nur Anhang stimmt das ist ja immer noch von und mit richtig jetzt ist halt der Teil Tracks mit Edorde de Woken und Fritz Feldmann mir wird einfach dreist behauptet dass wir das auch noch gemacht haben ich ja hab ich ja 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 als sie aus dem Kindergarten gekommen haben habe ich jetzt nur Trackmania programmiert die Star Tracks die sind doch von euch ne ne natürlich aber aber schön wärs wie sind denn steht bei den Star Tracks nicht dran wer das gemacht hat ja äh keine Ahnung ach hier Phil 83 hat den Star Desert A1 gemacht lesen bringt Vorteile ne das sag ich meinen Schülern auch immer später wenn sie nicht gelesen haben das fragst du ihn auch wenn es gar nicht ums lesen geht richtig lesen bringt immer Vorteile also liest scheiße dann sagst du die Hausaufgaben zu dem heutigen Video die sollen scheiße lesen genau die Hausaufgaben werden in meinen Videos angekündigt und immer liken sonst gibt es einen Notabzug krass das jetzt gerade bei dieser Desert Strecke scheint OBS gerne mal abzuspacken ich fick hier die ganze Zeit Meldung gut das kann damit auch an der Stunde liegen die wir schon aufnehmen ja das wurde ja niemals Festplatte ist voll ja genau ja am besten war ja immer noch die Aufnahme wo du mitten in der Nacht aufgenommen hast du bist so nett zu uns ich kann mir sowas einfach nicht merken das ist furchtbar dafür habe ich ja wenigstens für in Ferien eine Erinnerungsstrecke gemacht wo wir jetzt nochmal gucken konntest was war das nochmal für ein Level ja oh man es gibt halt so ein paar zentrale Sachen die vergesse ich nicht wie zum Beispiel diesen äh probieren wir doch mal das hier im Moment das war lustig das war cool aber an Kanal Verteil 5 können wir jetzt überhaupt nicht erinnern war das dann welches war denn das wo ich in vier verschiedene von diesen Bergen rein musste das war die Vierer ah das war die erste die du gefahren hast ja ja eben Kanal Verteil 5 war dann das war dann die 90 Kilometer lange Strecke du hast ja einen Part gemacht mit Kanal Verteil 3 und 5 3 war ja die Snow wo du da in Innenperspektive durchgefahren bist durch diese äh Gitter und 5 die Kamerinnen wieder drinnen André du Klick hast er hat schon wieder Spielzeug in der Hand das ist kein Spielzeug, das ist Werkzeug läuft manchmal auch selber hinaus wir haben gestern ein Video gesehen wie irgend so ein Russe äh Ziprofeuerzeug nachgefüllt hat indem er es aufgemacht hat dann hat das Zeug reingekippt dann hat er es wieder zugemacht dann hat er es angezündet und dann ist es entsprechend schief gegangen natürlich und das konnte man auch nicht ahnen dass sowas nicht äh unbedingt clever ne vor allem das sah halt aus allein der Tisch war schon voll von dem Zeug was er da reingekippt hat und dann zündete er es halt direkt davor also ich verstehe dann bei solchen Videos auch nicht warum er es hochgeladen hat oder wie es dazu kam dass das Video ins Internet gekommen ist Lustige Freunde wahrscheinlich hätten die Video gesehen oh man Kurwa hab ich mal hochgeladen ach ich nehme an das ist ein Russe kann auch ein Pole gewesen sein keine Ahnung Kurwa ist glaube ich polnische Beleidigung sagen die in Russe nicht auch immer Kurwa so ein bisschen ach da fragst du mich warte in die slawische Sprache bin ich jetzt nicht so gebellet irgendwie immer Kurwa aber das ja das kann immer alles möglich sein gibt es echt teilweise merkwürdige Videos im Internet ja die besten sind ja immer noch die mit den Autos ach Gott diese Dashcam Videos heilige Scheiße richtig da ist man froh dass man da nicht ist nee wo die sind wo überholt wird indem eine Pistole aus dem Auto gehalten wird aaah ja das ist äh dezent und funktioniert ja oder das eine Video wo der eine schon so ein Messer raushält und überholen will und dann hält der andere da vorne ist ein Shotgun raus und dann zieht der gleich wieder zurück das ist alter da denk ich wieder auch what the fuck aber das kann sein dass das ein bisschen gespielt wird ja ja das hoffe ich das hoffe ich aber es gibt ja auch welche da äh die sind nicht gespielt da da machen die auch Unfälle das ist ja auch normal ja da gibt es ja auch richtig harte Videos die will ich gar nicht sehen es gibt aber auch lustige Videos wo dann manche umgefahren werden und sich einfach unverletzt aufstehen und sich beschweren dass die umgefahren wurden ja richtig das Problem ist wenn du zum Beispiel so ne Compilation schaust du weißt nie hat der jetzt auch harte rein oder nicht weil manche will man dann echt nicht sehen weil da halt dann wirklich Leute bei umgekommen sind aber das weiß man halt vorher nicht das weiß man manchmal auch nachher nicht das stimmt aber man denkt ja immer ja gut so sowas brutales würden die ja nicht reinnehmen wenns ernst ist aber weiß man es bei manchen Leuten ja richtig ach ich schaff die Goldmedaille hier nicht scheiße lass mal das Star Rallye A1 schaff ich nicht von Ichiru Mensch wir sind bei eine Stunde 6 und OBS springt hier echt schon rum gerade lass was mal ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen mein Gott wie sind wir jetzt so lange aufgenommen die sechste Runde habe ich jetzt auch gleich durch von daher sind wir noch in 14 Minuten übrigens das warte ich jetzt aber nicht mehr ab wir verabschieden uns jetzt und sagen alle zusammen tschüss wann denn? wann denn? du musst schon ein Zeichen geben zu spät